Die Stadt Luzern ist das jüngste von diesen fünf Dampfschiffen. Wir haben natürlich schon viel erlebt in diesen 93 Jahren, wo es bereits auf dem See ist. Wir sehen hier die ersten Aufnahmen, die es gegeben hat, von diesem Dampfschiff Stadt Luzern. Sie wurde übrigens im Jahr 1928 gebaut. Wie gesagt, sie ist unser jüngstes Dampfschiff. Sie ist 63 Meter lang und 14 Meter breit und sie fasst 1200 Personen. Von daher ist sie von der Transportkapazität natürlich das grösste Schiff. Im Jahr 1940, ein geschichtliches Highlight des Schiffes, wo General Guiso mit all seinen Offizieren aufs Reutli gefahren ist. 40 Jahre später hat sich hier noch etwas ganz Spezielles zutragen. Nämlich ist die Queen an Bord zu kommen. Queen Elisabeth II. von England hat am 2. Mai 1980 eine Fahrt aufs Reutli gemacht. Genau wie General Guiso dazumal. Queen Elisabeth II. von England. Queen Elisabeth II. von England.